Mit der Ausatmung hebst du die Arme an, kreist sie über die Seite nach vorne. Erste Variation. Zweite Variation, du streckst die Arme nach oben hoch. Dritte Variation, du streckst ein Bein nach vorne. Die Arme kreisen immer von vorne nach oben über die Seite. Und die anstrengendste Variation ist, da wo du deine Beine nach vorne streichst. Lässt du die Beine etwas länger werden. Und zieh die Fußspitzen ein bisschen weiter hoch. Und jetzt lässt du die Beine gleich noch länger werden. Rollst zurück, atme aus und wachse. Geh erst den Unterschenkel nach außen, um dann einmal hier in diese Seitwärtsposition zu kommen. Kneeling Sidekick Position. Und dann beugst du mal das Knie und legst mal zuallererst die Hand gegen die Innenseite deines Beines, um nach oben hoch zu strecken. Und das ist die Position.